Hallo, ich möchte euch heute unseren Thermosbehälter vorstellen. Er ist aus hochwertigem Edelstahl. Es ist ein Faltlöffel dabei, auch aus Edelstahl. Und eine Baumwolltasche für den Transport. Was unseren Thermosbehälter unterscheidet von den anderen, dass unser Deckel plastikfrei ist. Dort, wo der Deckel mit den Lebensmitteln in Verbindung kommt, ist kein Plastik, nur Edelstahl und Silikon. Den Silikonring, der den Behälter dicht macht, kann man austauschen und waschen. Er ist doppelwandig im Edelstahl. Dadurch hält er die Speisen 24 Stunden kalt und 7 Stunden warm. Also ideal, wandern, zum Wandern, für die Schule, für die Arbeit, eigentlich für alles Situationen. Es gibt ihn in zwei Größen, 500 Milliliter und 600 Milliliter. Wer ein plastikfreien Edelstahlbehälter sucht, der warmen Held und kalt hält, da ist der Alpin Lorca genau richtig.